Da ich hier wieder ewig auf den Bus warten muss, also währenddessen ist der City Sightseeing Bus schon wieder zwei-, dreimal gekommen und eigentlich sollte der Big Bus Tour auch schon längst da sein. Anyway, ich dachte mir, ich nutze mal die Zeit und erzähle auch noch mal zwei, drei Sachen hier zu der Kamera. Also sie ist wirklich sehr praktisch, sehr hilfreich. Sie ist sehr klein, man kann sie überall einpacken, mitnehmen. Sie ist ein absoluter Anzugsmagnet, also alle Leute kommen und es fühlt sich an, als wäre es die erste Kamera auf der Welt. Alle wollen sie anfassen und gucken sich diese Kamera an und sind einfach nur fasziniert. Aber zum Technischen, was mir nicht so gut gefällt daran, ist wirklich der Akku. Die Akkuleistung ist katastrophal. Bei der Kamera ist als Zusatzpaket noch ein Zusatzakku dabei und selbst der, also in Summe, beides zusammen hält keinen ganzen Tag. Deswegen filme ich auch immer nur so ganz kurze Abschnitte, damit die Akkuleistung nicht so drauf geht. Und unter anderem auch, damit die Speicherkarten nicht voll sind. Also ich habe zwei Speicherkarten, jeweils 8 GB. Die habe ich dazu bekommen. Eigentlich ist nur eine dabei, aber die andere habe ich irgendwie noch geschenkt bekommen. Und selbst die, die halten auch nicht lange. Also diese Kamera ist wirklich gut für wirklich Action. Sie ist praktisch für, wenn man eine Motorradtour von 45 Minuten macht oder von 40, 30, wie auch immer. Ich mag die Kamera recht praktisch sein und kann das dann dort auch in einem Stück filmen. Nur für das, was ich jetzt hier gerade mache, so unterwegs sein und immer mal filmen. Also ich kann nie länger filmen, was wirklich schade ist, weil dadurch entgehen einem eigentlich einfach eine Menge Situationen, wo man dann nicht einfach sagen kann, so ich packe mal ganz schnell die Kamera aus und will die Situation nochmal nacherleben. Deshalb erzähle ich auch im Nachhinein viel, was passiert ist, weil ich einfach in dem Moment leider die Kamera aus hatte, um einfach Akkuleistung und auch Speicherkapazität zu sparen. Klar könnte ich mir jetzt noch weitere Speicherkarten kaufen, aber das geht ja jetzt erstmal um das Paket an sich selbst, die Kamera, was sie leistet, was sie kann. Und hinzu kommt außerdem, und das finde ich richtig scheiße, die Kamera ist nach drei Tagen, ist unten an der Halterung, wo man diesen Stick befestigt, beziehungsweise ich hatte auch so einen Brustgurt, wo ich die Kamera immer dran geschraubt habe und das ist nach drei Tagen ist dort schon die Plastik abgebrochen, sodass ich jetzt mich entschieden habe, die Kamera gar nicht mehr von diesem Stick abzumachen, damit die nicht nach einer Woche schon überhaupt nicht mehr verwendbar ist. Also das ist alles in allem ein bisschen blöd. Ich hoffe auch, dass die Kamera das noch durchhält. Grundsätzlich, ich finde, sie macht eine ganz gute Qualität, nur ohne Mikro, das habe ich hier absolut in no way. Also man versteht gar nichts, wenn das Mikro nicht gut positioniert ist, hört man vom Drumherum einfach null. Das heißt, das Mikro muss man definitiv mit dazu bestellen. Das ist aber von einer anderen Marge. Roller selbst hilft einem da überhaupt nicht weiter. Das hatte ich in einigen Posts auf Facebook gesehen. Die haben dann nur gesagt, tut es leid, wir können aber leider nicht weiterhelfen, was ich echt einen schlechten Service finde. Aber dennoch, mit diesem Mikro finde ich, ist es ganz gut, ganz praktisch. Die Bildqualität ist auch, denke ich, okay. Also alles in allem ein gutes Produkt, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber an manchen Dingen, das muss echt noch verbessert werden. Was aber ganz cool ist, was auch mit dabei war, ist die Fernbedienung. Damit kann man halt wirklich auch aus der Ferne aus- und anscheiden, was nicht immer funktioniert. Aber in den meisten Fällen ist es eigentlich ganz gut. Also alles in allem okay. Das ist es einfach gleich. Bis zum nächsten Mal, wenn man das encontrabt. Das ist einfach.